Willkommen zurück zu einer Runde Battlefield mit dem Kravitz und Operation Flussufer. Ich habe das Gefühl, wir fangen hier immer an, komischerweise. War das nicht irgendwie beim letzten Mal auch schon so stark? Genau, nur irgendwie gerade waren wir auf der anderen Map, ne? Ja, irgendwie so. Ich dachte, machen wir mal im Schnee so. Obwohl, heute ist eh kein guter Tag. Nee, eher nicht, glaube ich. Weil ich habe heute gestreamt und da ging mal so gar nichts immer der Stream zu und keine Ahnung. War total ätzend. Oh, ah, weg. Ja, und ich hatte einfach die Pest am Schuld oder so. Da kommt einer. Ey, ich habe ihn getroffen. Sauber. Ist aber nicht tot. Sagst du direkt auf die Flagge? Ich steige raus. Warte, warte, warte. Und, 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 und weg. Oh, nein, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Oh, schade. Da wäre mal geil gekommen, ey. Ja, eben. Die Denkmalschlage ist verloren. Schade. Jetzt hat der mal ein Moped. Menno. Ja, da gibt es nur mehr Mopeds, keine Sorge. Ach, miss. Oh, wie ich immer hier irgendwo einsteige, ne? Oh, genau. Da schießt schon irgendwie auf dich. Victor Bassrape an der Ecke. Wo denn? Oh, da ist er. Ja, genau. Ich habe ihn, warte, warte. Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer. Oh, hinter dem. Pillermann Bassraper. Deren, äh, deren Little Bird kommt auch mitten auf uns zu gerast. Ander sind ja keine Bassraper, wir spielen Capture the Flag, ne? Hahaha. Die müssen ja dahin. Oh, wow. Ah, sauber, ich habe den Piloten getötet. Äh. Was? Ich bin... Nein, den hat jetzt jemand anders. Ich wollte den gerade klauen. Verdammt. Hm, was macht der jetzt? Ich dachte, den repariert der Blödmann oder versteckt, damit nur wir den haben? Ja, ne, er geht wahrscheinlich den gleich kaputt machen. Okay, wo bist du? Ich spinne in der Luft. Ah, sehr gut. Ich dachte, er klaut den, aber... Also, hat er auch, aber... Er wird ihn jetzt verlieren. Oh, Mann, oh. Yep. Yep. Und da sind wir auch tot. Das hat keine zwei Minuten gedauert. Oh, es hat mir jetzt stark... Oh. Was? Durchs Wasser, Berg wieder hoch, total steil gefahren, so. Nein. Mich hat sie jetzt rüber geswitcht. Ins andere Team? Ja. Warst du gut? Ja, wahrscheinlich. Weg gestorben. Na, hatten sie gesagt, den brauchen wir. Ja, du? Nein, das bin ich doch, habe ich wohl. Roadkill. Roadkill. Hui. Ich steck fest. Ich kann hier mal versuchen rüberzukommen. Ich glaube, ein Mikro ist aber noch zu lauter. Ich mach doch mal mehr leiser. Voll dumm, ey. Dein Mikro? Wieso? Ja, weil wenn ich ein bisschen lauter rede, dann ist ja... Jetzt geht's aber. Der Ausschau ist zu hoch. Okay. Ich kann nicht rüber switchen. Total toll, ey. Aber zu Team wechseln. Yo. Geht? Yo. Oh, cool. Dann... Glaub schon, oder? Äh... Sieht so aus, ja. Oh, mein Ping. 140. Ja, cool. Da geht auch was, oder? War das nicht heute wieder das Phänomen, das du heute hattest? Ja, ja. Ja, ja. Wahrscheinlich, weil Dienstag ist mein Streamtag. Oh, da wartet der Helikopter auf mich. Pass auf, dann geh ich auch rein und reparier. Jetzt können wir mal wieder sehen, wie ich fliegen gelernt hab. Hast du echt trainiert? Ne. Letzter Mal mit dir, glaub ich. Oh, ich seh da Min. Ja, wie man macht den Meister, ne? Böse Min. Der, irgendwie, visiert der, glaub ich, was an, den vierten Sitz. Oh, fang ein Panzer. Ähm, das ist... Ich bin draußen. Hilfe! Warte, warte. Ich... Achso, er hält wieder ab. Ja, siehste mal, mit mir kann man keinen Krieg gewinnen. Ja, krass, da übernimmt der einfach das Steuer und macht den Panzer fertig. Willst du wieder, willst du wieder reinkommen? Oh, was? Warte mal. Du, du brennst leicht. Ja, ich weiß. Ja. Ach, Gottchen. Hier haben irgendwie so, so ungefähr 15 Mann Stinger. Oh, warte, ich komm. Hab dich. Bisschen Medic? Oh. Guter Mann. Da kommt einer hoch, da kommt einer hoch. Was ist das denn für ein Scheißbaum? Das ist, äh... Ja, den musst du dir mal angucken in meiner Aufnahme, das ist echt... Was ist das denn? Das ist einfach nur ein Pixelbrei, oder? Ja. Sehen die alle so aus von nahen? Ne, der, der sieht gut aus hier. Ja, ja, das ist, das ist auch so, durch den Baum kannst du nicht durchfliegen, durch die andere schon. Da ist er unterm Berg rein, hast du gesehen. Haben. Sehr gut. Äh, ich hab noch einen. Oh ja, ich seh schon, hier hast du ein Medikit. Cool. Dann lass mal hier, ne? Die gegendische Basis stürmen. Squat-Heilung. Aber egal, wir sind jetzt auf dem Gewinnerseite, ne? Hinter uns, hinter uns, hinter uns, oben. Irgendwo. Ah. Ja. Und rechts von dir auch noch einer. Oh, sauber. So, wo ist der andere Typ? Der war irgendwo links auf dem Hügel. Keine Ahnung, wo der hingeflüchtet ist. Er ist weg. Hui. Alles egal. Dann. Lass uns mal die Flagge klauen. So, ich glaub, wenn das Video kommt, dann bin ich gerne in Amerika unterwegs. Das jetzt hier? Ja. Wo genau? Äh, USA. Also, USA, witzig. Äh, New York. Bist du denn nur in New York, oder? Geht's auch nur woanders hin? Oh. Warte, warte. Hilfe! Warte, warte, warte. Ja, ich werd irgendwie... Am Anfang ist es New York, Washington. Ne, New York, Philadelphia, Washington. Und dann zurück. Und dann fliegen wir nochmal hin. Und dann geht's nach L.A. Ah, wow. Der Abrams. Ich versuch's gerade. Äh, ne. Nein. Nein. Äh, nicht. Also, ich nehm jetzt auch mal so'n, so'n Pionier-Tönnis. ACWR sagst du, ist nicht schlecht? ACWR ist nicht schlecht, ja. Ja, Standard ist halt die M4A1, ne. Die benutzt halt normal fast jeder. Dann nehmen wir mal die Javelin. Das Werkzeug ist so schlecht. Print dazu noch. Ne, ich hab jetzt Spreng. Spreng. Ja, können wir auch nehmen. Haben wir mehr RPGs, dann... Mehr Money. Ja, ja. Ah, hab ich sogar schon zwei Sterne. Nicht schlecht. Hm, da ist ein Tank. Ich glaub, ich fahr dann lieber irgendwie mal links. Und ich lenke den Tank mal ab. Warte. Du lenkst den Tank ab? Aber wir sind jetzt vorbeigefahren. Ich hab' mit Autos geschmissen. Schade aber auch. Dann kann ich ja weiterfahren, warte. Bei Battlefield 2 fand ich das so geil, wenn du da geflogen bist. Da konntest du, sag ich mal, bist du abgestürzt, so nach unten. Und dann bist du einfach kurz bevor du auf den Boden aufgeschlagen bist, ausgestiegen. Und dann standest du da, ganz normal. Hm. Okay. Ja, ich kam ja leider nie in den Genuss, die älteren Battlefield-Teile zu spielen. Du hast direkt richtig angefangen, ne? Ach, guck mal, wer hier ist. Zwei Ochsen. Wie zwei Ochsen? Wenn wir denn nicht checkt, dass ich ein Feind bin. Was macht er denn? Komm her! Warte, wo ist er denn? Da oben auf dem Berg. Warte, warte, warte. Ich hab'n gleich. Was? Halt! Der wirft ne Granate, der Wichser. Guck wie blöd der ist. Der macht ja gar nichts. Er ist tot. Ach ja. Wer da rumsitzt und sich einfach nur dreht die ganze Zeit. Und das Geile war, da war gerade noch einer, ne? Da waren zwei. Der ist einfach weggelaufen. Ja, der ist einfach abgehauen. Hat seinen... ...hier mit dem Stich gelassen. Das ist ein Motorrad. Kann man das eigentlich mit dem Ding locken hier? Das hab ich noch nie ausprobiert, glaub ich. Ah, hier ist noch einer. Oh, hab ich ihn da überfahren? Das tut mir jetzt aber leid. Das war ja so gemein von dir. Mein Gott. Wie fährst du eigentlich? Boah. Ist wohl da schon ein Lotto gewonnen, oder wie? Genau. Der Gelände, die Vito. Wart mal, da kommt hier der Little Bird. Ah, wieso kann ich den nicht locken? Hallo? Motorrad. Da, locken, locken. Oh, keine gute Idee. Ich glaub, der macht das RPS-Schlag. Warte, ich klinge gleich wieder da. Ah, denkst du, wir kommen hier noch jemals raus? Na klar, warte. Ah, okay. Ich seh. Warte, ich steig mal eben aus. Guck mal das Ganze von außen an. Dann kannst du ein bisschen anschieben, so. Warte, mach ich. Vielleicht mit einer APG? Oh, schade. Ich häng, glaub ich, fest. Ich glaube, du hängst fest. Scheiße. War so gut. Oh, warte, jetzt ein Moped fahre. Headshot. Der ist schon tot. Oh. Und? Hast du diese drei Mienchen da gesehen? Ja, ich hab ja auch nur Au gesagt. Aber ich hatte dann irgendwie nicht mehr so das Bedürfnis, den Knopf loszulassen. Ja, es ist, ne? Ich geh mal bei dem Slice rein. Slice still. Voll der Slice. Liegt hier noch das Rad um. Guck mal, vorne in seinem Moped liegt hier noch das... Oh, jetzt nicht mehr. Oh, schade. Da lag gerade eben noch das Rad um. Was, da legen die einfach Miene in, die Wichser. Ja, voll gemein, ne? Ja. Genau, es ist voll nubig, Miene zu benutzen, ne? Und Waffen, die es im Spiel gibt. Ah, schon wieder irgendwie ein Schnaiper. Ja, ich merk das schon, von wo? Von hinter uns. Ich ignoriere den einfach mal. Oh, unser Panzer fährt gerade. Mit der Flagge sollen wir den etwas... Ah, ne, ich glaub, der kommt so zurecht. Ah, okay. Ja, ne, ich dachte der... Aber ich glaub, der ist ganz gut. Hier gegenüber war gerade einer. Oh, oh, oh. 29, 16. Oh, schnell weg. Wo war der denn überhaupt? Der gegenüber auf dem anderen... Also, genau, gegenüber ist richtig. Was übrigens auch ganz cool ist, manchmal, wenn du M drückst, ne? Dann siehst du ja die Map im Großen. Ja, genau. Was? Zockst du so manchmal? Ne, aber wenn ich... Beispielsweise, wenn irgendwo her einer schießt, dann kann es manchmal schon sein, dass du nicht unmittelbar siehst. Und dann mach ich das so, dass ich die Map einmal groß mach. Ach so. Und dann, weißt du, mehr Blick hab einfach. Ja, genau. Irgendeiner ganz nah hier. Oh, ja. Hinter dem Gitter direkt. Level 100, ey. Iexus. Dieser Typ, der mit seiner... Oh, ist der schlecht. Ne, hab ihn. Warte, ich... Tu dir mal reviven. Er hat zwar jetzt mein Kind, wird er mich wahrscheinlich für hassen oder so. Oder auch nicht. Ne, passt doch, weißt du. Oder der denkt, boah, geil, wat ist dat denn? Improvisieren muss man, ja. So ein Übernoob. Mach das mal mit so'n, äh... M16-Tryhard. Der noch nie eine Waffe gesehen hat. Und boah. Der denkt sich dann, was ist das? Kann du's schießen? Gar nicht. Gar nicht nicht. Oh. Benutz einfach mal ein Medikit, was da liegt. Ja, du kannst... Ich hab auch eins. Ich bin ja jetzt hier kurz Medik, weil ich sein Kit genommen hab, um ihn zu Revive loeren. Ich werf da einfach mal ne Granate hin, da hab ich ein gutes Gefühl bei. Sauber, schon wieder die Flagge geholt. Ja, der Typ läuft ja, anstatt sich mal hier irgendwie so'n, äh, Moppet zu nehmen. Gibt's ja nur Drill 4. Ja, warte, n. Halt dich fit. Battlefield im Sprint. Oh wow. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, wie ich immer daneben schieß. Aber totales A mit 75%. Warte, warte.